So, jetzt finden wir mal schöne runde Harzfeile, und zwar, wie es alles sein kann, als Österreich. Mal sehen. Okay, Stammbord. Vorstellbar Industrie, was auch das. Ja, okay. Weiter dritten, ne? Dann bauen wir mal Fabriken. Dann bauen wir mal Zivilfabriken. Dann gleich mal, E-Versubswaffen höchste. Was können wir forschen? Das ist gut. Unterstützungswaffen. Dann gleich mal Baugeschmiedlichkeit. Und Elektrotechnik. Legen wir mal alle Armeen zusammen. So, jetzt kommen wir mal. Jetzt starten wir mal. 12 Sekunden später. Das geht's. Hm, perlame. Hm. Okay. Sekunde. Ich bin schon einig, das ist einig. Soll ich Flugzeuge haben? Ja. Ja. Super. Muss ich sagen.